Relevanz, was ist wichtig? Unter diesem Motto findet der Medientreffpunkt Mitteldeutschland in diesem Jahr statt. Vom 5. bis zum 7. Mai werden Themen aus allen Bereichen der Medienwelt diskutiert und vorgestellt. Vertreten sind zahlreiche Referenten aus den Bereichen Print, TV, Hörfunk und Online. Das Treffen bietet eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Branchen kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen. In Veranstaltungen stellten Firmen nicht nur sich selber und ihre Neuentwicklungen vor, sondern standen den Besuchern Rede und Antwort. Abschluss des Medientreffpunktes ist am Mittwoch.